Und, bist du bereit? Wir können losgehen. Hast du heute einen guten Tag? Was mich am meisten am Zeichnen begeistert, ist das Zeitlose. Alles auf dieser Welt ist vergänglich, außer deine Kunst. Deine Zeichenfähigkeit begleitet dich dein ganzes Leben. Und deine Kunstwerke werden lange nach deinem Tod deinen Platz auf dieser Welt ehren. Ich habe so viel für diese Sache aufs Spiel gesetzt. Und ich werde bald herausfinden, ob sich das gelohnt hat. Ich musste wieder ans Zeichenbrett und alles analysieren. Und nicht nur darüber nachdenken, wie man den besten Online-Kurs auf den Markt bringen kann. Denn diesen hatten wir schon vor zwei Jahren aufgebaut. Aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass einfach noch was fehlt. Ich hatte einen Kurs. Das war's. Ich hatte keine besondere Plattform. Ich hatte keine Mission. Ich hatte kein richtiges Team. Wir hatten keine gemeinsame Vision. Ich musste tief in die Materie eintauchen. Wie lernen unsere Schüler wirklich am besten? Was brauchen sie wirklich? Was ist es, was sie unterscheidet, weshalb die einen Ergebnisse erzielen und die anderen nicht? Ich wollte eine Plattform aufbauen, die die Art und Weise, wie unsere Schüler lernen, grundlegend verändern würde. Wenn man versucht, etwas zu entwickeln, das besser ist, als alle anderen Lernplattformen, die es gibt, dann ist es einfach hart. Man tritt gegen einige der größten Konkurrenten in dieser Branche an, die jahrelang damit zu tun hatten. Aber ich wusste, es geht einfacher, besser, schneller. Es waren lange, harte, teure 19 Monate. Aber es hat sich mehr als nur gelohnt. Mit diesem neuen System schaffen es unsere Teilnehmer, das Zeichnen mindestens fünfmal schneller als sonst für sich zu lernen. Das, wofür andere fünf bis zehn plus Jahre brauchen, schaffen unsere Teilnehmer, in unter einem Jahr zu lernen, teilweise Monate bzw. in nur Wochen. Und das mit sogar weniger Aufwand als sonst. Dieses Lernprogramm ist bahnbrechend. Du siehst alles auf der Welt mit deinen Augen. Ich werde dir zeigen, genau hinzusehen und die Welt für dich neu zu entdecken. Ich werde dir zeigen, genau hinzusehen und die Welt für dich neu zu informieren. So зар願いst du jetzt etwas herausfricular. Vielen Dank.